Tanoshime soo jen Street Fighter 6 Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video Hier kommt ein neuer Challenger Und hier haben wir schon gleich ein Ken Wir haben in der letzten Folge uns gut geschlagen Jetzt heißt es die Gold Rang 5 zu halten und uns weiter zu Äh zu Okay Okay Das ist es. Copy. Ah, okay. Okay. Oh, father there. Okay. Okay, den Kampf haben wir gewonnen. Sehr schön. Es geht jetzt darum, Gold 5 zu halten. Weiter nach vorne zu kommen und näher Platin-Stern 1 zu werden. Ja, ja. Ruhe. Konzentration. Das war blöd. Aus. Aus. A A A A A A- Um, die in A- Es geht. Aus. Das war's für mich. Ja, ruhig bleiben. Der weiß nicht, was er machen soll. Ich muss mal Schaden reinrücken. Okay, Kampf gewonnen. Okay, das ist viel besser. Okay. Aber das ist jedenfalls unser Ziel. Alles klar. Da haben wir schon mal den ersten Kampf gewonnen. Wir haben uns ja auch letztens verbessert. Und hoffentlich halten wir dieses Pensum. Daher, let's go. Oh mein Gott. Nevermatch. Platinum 1. Er wollte wahrscheinlich Saku, aber ja. Wollen wir mal gucken. Das geht. Das geht. Es geht echt darum, wer ist besser von zu... reagiert. Round 2. Okay. Er hat gute Kombos. Er reagiert nur. Er reagiert nur. Ah, Mann. Judy wins. Er macht nicht viel. Aber dafür macht er es gut. Er ist gut. Er macht keine Ausflut. Ich glaube, es geht. Aber das geht. Das Damen hat er nicht geregt, gut. Ja, das wollte er warten, okay. Okay, damit kann er um, damit kann er um, Respekt. Okay, da muss ich jetzt besser sein. Das ist ne gute Combo. Ja, das ist schön. Okay. Okay. Er hat besser reagiert. Okay. Finde ich nicht schlimm, aber er hat mehr abgewartet. Das war wichtig von ihm. Also, so kann ich mit Level 2 nicht umgehen. Aber ich würde gern, aber dafür bin ich noch viel zu langsam. Alles klar. Dann gehen wir zum nächsten Fall. Okay, meine Damen und Herren, ein Luke. Ein Luke ist schwierig. Oh, japaner. Hä? Ja. 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 Wow. Oh, 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 oh. Er wartet sehr viel. Und wird Knöpfe, okay? Er wartet. 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 Ah Okay Entweder bin ich nur blöd Oder Okay War sehr diskant Aber das Haben wir gewagt ? Come on Ryuken Hadonken Bring it Pay attention Let's get it Go! Okay, Kampf gewonnen. Sehr schön. So. Komm schon. Okay, er gewinnt die Scheiße. Okay, okay. Greif, 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 Penner. Ah, Mann. Komm schon. Darauf hat er sehr gut reagiert. Okay. Schade. 1-1. Okay. Nein. Nein. Ein bisschen zu spät. Okay. 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 Got it. Okay. 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 Ah, shit! Man! Was ist das? Mann! Einfach nur greifen! Ey! Da hat er einfach die Eier zu greifen. Das ist unfassbar. Ah. Okay, wir haben wieder Punkte verloren. Gucken wir beim nächsten Teil. Okay. Unser nächster Gegner ist ein Luke. Scheiße. Er ist auch Gold 5. Oder? Ja, er ist Gold 4. Scheiße. Ja. Na, wo wei? Ah. Ja. Nach rechts. Nach rechts. Ah. Nach rechts. Achse. Ja. Ja. Bis los. Ja. Ja. Oh, nein. Das war's für heute, okay? Das war's für heute. Ich hatte S4 hier früher beenden kann, aber so ein Schritt. Genau, fahrt er, der reagiert jetzt schon auch, sehr schön. Ich hatte S4 hier, ich hatte S4 hier, ich hatte S4 hier. Er wartet. Arsch, ich muss da irgendwas machen. Okay, er wartet jetzt schon noch. Okay. Oh Mann, ey. Mann, das ist nur Abwarten wieder und T-Ting. Ach, come on, Alter. Ah, come on, ey. Okay, Bini got this, mehr this. Okay. 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 Und darauf wartet er den ganzen Tag. Okay. Du Panner. Ja. Kämpfen, ganz normal kämpfen. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Also, ich darf nicht aufmachen. Also, ich kann da ein bisschen gehen. Entschuldigung. Ja. Oh Mann, ich kann es ihnen. Ich kann es ihnen. Ich kann es ihnen. Ich kann es ihnen. Es ist aber auch gar nicht. Ja, hab ihn. Küsst du den Boden, Junge? Sehr schön. Ja, genau das meine ich. Okay. Das sieht besser aus, aber wir können ruhig ein bisschen mehr Punkte haben in dieser Session. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, ein E-Honda. Unser nächster Gegner. Ein Edmund. New Challenger? Warum New Challenger? Wow, wait. Warum New Challenger? Das machen wir jetzt an. Ich hab eigentlich... Ja, der reagiert gut. Er springt sehr viel. Eigentlich müsste ich ihn bekommen. Round 2. Fight. Der hat seine Kombos gelernt. Also, beziehungsweise mit Mordern. Okay. Da hätte ich... Da muss ich ein bisschen ruhiger spielen. New Challenger. Da müssen sie verschwindet. Oh, wow. Skanha nur carb, aber wenn ausscht. net. Amen. Weg mal haut, Kρχ. Weg cyberstiele. Weg mal hier. Weg mal非 mal hier. Weg mal hier. Weg mal hier. Weg mal hier. Weg mal hier! Weg Elite. Weg mal hier! Mann! Wow! Wie weit gehen die Hände nach vorne? Scheiße! Was I never tried? Was I never tried? Okay, ich kann's schaffen Ich kann's schaffen Und fliegen mit weg Speichern Gewonnen, 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 baby 111 Wow Ja, er will leider kein Rematch Er lässt es so stehen Aber der hat mir Punkte beschert Okay, meine Damen und Herren Das wäre der Ja, das wäre jetzt der letzte Fight In dieser Session Tja, es ist leider mit einem 111 ausgegangen Finde ich schade Der hätte mir ruhig mehr Punkte geben können Also Punkte lassen Ja, ich würde sagen Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen da Und einen Kommentar Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter Twitch Beziehungsweise Fighting Stage gefällt Äh, hinterlasst ein Abo da Und dann ringelt an die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst Ja, und ich würde sagen Ich bin die Karate des Game Stage 5 Und wir sehen uns dort wieder Wo der Kampf am meisten schmerzt Und zwar auf der Straße Bye, bye